ähm 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 wo ist es denn jetzt der sport muss ich noch erinnern bevor ich es vergesse so hat man da mehrere sachen mannschaft oder mein customer mutter schon eingetragen wird das ist nicht ob das sonst nicht gemacht wird bei mir so okay dass ich darum dass ich erst mal eine ressourcen vermessen die denn anders multi-twitch sch 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 So. 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 Dann spiele ich werde ich nicht gestört ist dabei. Dann muss ich das eben noch mal schnee besorgen. So. Ich habe das Vanilla. So. 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 Gut. Na dann. Wo ist denn korax 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 korax. So. Ich weiß nicht, ob er annimmt. So. 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 es ist auch neu hallo gekommen ist wie monate ich mich das kann noch nichts zu sehen ist ich bin gerade nur am minecraft unterleihen weil ich nur wenn du da noch nicht habe ich weiß gar nicht wie das nur keine eile wie das mit mit ich habe jetzt ich habe bei mir gerade die song requests das erste mal an ich weiß nicht ob die ordentlich funktionieren und dann muss ich mal eben ist es schön wird es wird bekanntlich englisch tut okay gut dass das korak so gut englisch kann ich kann nämlich kein englisch so ein moment mal falls du ich bin kann mir jemand eine andere noch am stream bist du kannst hier unter dieser unter dieser adresse kannst du beides gleichzeitig gucken kohax und meine ich wundere gerade nichts weil der weil es halt spät ist und weil seine kinder schon schlafen und so und deswegen ja ist das ein bisschen was war ja tc keine ahnung wenn das ausspricht hallo willkommen stream man ja das sind deutsch und englischer ist so ist ein würde ich nicht log in und play müsste ja die neueste version sein wer gut mache ich auch das gut weil wir schon mal so drei leute das muss der mein kraft dass wir endlich an unterladen ach wir sind schon mal wissen 187 wusste ich gar nicht dass wir schon bei version 187 sind und ich will man dass man die tastatur hört und dass man das mikro gehört hat dass ich ein bisschen verstellt habe müssen jetzt hier mein kraft ist das ist da das ist das team schon alter schon acht minuten für acht minuten hat sich wenn das war fast ein bisschen zu spät es ist es blöd ich das ist wie komische musik das land hat mein kraft so komische musik kommt mal aus bitte alter ist das wie komische musik das ist blöde musik das kommt bei ihnen was man hört ich tippen dann kommt bei ihm die nachricht ja das ist dabei skyblock kurax server adresse dann also schon zu über und da bin ich was habe ich hier eigentlich noch vielen für ein avatar für ein avatar führen das ist sogar der richtige ok das ist gerade blöd dass dass man bei der song requests dass man nicht anzeigen lassen kann was gerade spielt weil der das nicht erkennt ich werde noch kurz in der spiel noch hinzufügen das game capture bevor man bevor ihr nix mehr sieht so ok wie funktioniert das denn mit dem song requests du kannst in denen du mit ausrufezeichen song request zusammengeschrieben ich schreibe es dir mal kurz rein natürlich ohne die anführungszeichen damit kannst du dann ein lied requesten das problem ist gerade nur dass ich das mal die nicht unten deine musik sieht ähm ähm dann haben wir einen robot das im team ähm na egal da müssen wir halt so mehr zurecht kommen muss ich das irgendwie anders machen ok ich werde so lange mal korek streamen weil sie nicht kann ich eigentlich ich kann da eigentlich ähm wo konnten das channel da korek 2005 wird dass ich gerade nur so rumstehe ich weiß aber so jetzt sehe ich nämlich auch den chat von da wirst du dir nicht funktionieren hoffentlich mit dem äh sollen wie quests ich habe aber glaube ich keine keine place recht gelegt wenn der nix hat also secondary place ist ein bisschen blöd aber nun gut wir machen wir den das hier aus wird das hier so machen dass ich das auch mit dem was katanit spielt und so jetzt wollte ich jetzt könnte ich den dritten monitor gut gebrauchen jetzt könnte ich den dritten monitor gut gebrauchen dann bräuchte ich das eigentlich auch nicht mehr so ok es ist aber natürlich äh ob es nicht mehr da und das muss man ein bisschen nach unten nee kann man das nicht irgendwie ausblenden die erste da oben nee auch jetzt so ok so ich den chat nicht mehr super na dann teste ich das mal viel spaß soll man keine rechts rechtsextremen sachen und so weiter rein kommen dann ist das warum brauchst du keine achse geht doch nicht schnell weil ich sparen muss ja das sowieso äh ja muss ich halt dann rausdacken müssen bloß wo sieht man das spiel nicht hä musst du mich erarschen da wirst du mich noch verarschen da wirst du mich noch verarschen spiel warum kann ich ein vollbild machen die settings äh kann ich eigentlich alles hochstellen aber ja dann kann ich die warum sieht man nix mehr dann muss ich ein window capture machen oder was dass man ja was sieht ach das ist ja doof ey nein rechtsextremen so oder so ich höre nix was nein rechtsextremen so oder so höre ich nicht ne ich verstehe es grad nicht äh also das scheint schon mal zu funktionieren das gefällt mir schon mal dass es anscheinend funktioniert die Song Request ich mach mal eben eine window capture vielleicht funktioniert es dann besser wer weiß wer weiß wer weiß das ist das erste mal dass ich Song Request habe weil ich normal ist aber eigentlich Minecraft nicht spiele sondern nur mit anderen Leuten das rechte musik oder so ach so meinst du das ok so ok man sagt ob das funktioniert nein tut es natürlich nicht das heißt ich kann nicht im vorbild spielen das heißt ich muss mit so einem kleinen kackbildschirm fertig werden oder man kann ich da im ich muss kurz disconnect noch mal kurz gucken ob ich im launcher irgendwas einstellen kann weil früher konnte man das Fenster ja so am Rand verschieben ist da aber jetzt kann man das auf einmal nicht mehr warum auch immer das ist ja komisch Solution so zumindest 1280 x 720 bitte so 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 so